Shooting in 3 Minutes Spezielle Schießschuhe werden stehend und kniend genutzt. Sie bilden das Fundament des Anschlags. Du solltest sie sorgfältig auswählen, um auch über 60 Schussprogramme bequem zu stehen. Die angebotenen Modelle gleichen sich weitgehend und zeigen sehr ähnliche Funktionen. Im Detail aber sind sie deutlich verschieden, deshalb solltest du beim Kauf genau unterscheiden. Eine besonders feste Sohle soll den Bodenkontakt sicherstellen. Die Oberfläche darf auch auf glatten Böden nicht rutschen. So lassen sich die Füße millimetergenau platzieren und haften verlässlich an ihrem Platz. Der Schaft aus dickem und festem Leder umgibt den Fuß und stabilisiert ihn. Dieser Container hält die Füße warm, sollte aber auch durchlüftet sein. Die Schnürung erlaubt eine gewisse Anpassung dieses Gefäßes an die Formen deines Fußes. Schießschuhe lassen sich vorn und hinten schließen, so kann die Stützung variiert werden. Im Kniendanschlag wird der hintere Verschluss meist geöffnet, um eine Streckung des Fußes auf der Rolle zu ermöglichen. Wir haben Schützen aller Leistungsklassen gefragt, was sie von guten Schießschuhen erwarten. Wichtigste Qualität ist offenbar die Bequemlichkeit. Der Schuh sollte auch nach drei Stunden nicht drücken, die Füße sollen warm und trocken bleiben. Wer einen neuen Schuh erwerben will, sollte deshalb folgende Empfehlungen beachten. Gehe zu einem Händler, der alle gängigen Modelle in deiner Größe vorrätig hat. Ideal ist es, wenn du hier auch schießen kannst. Zehn bis zwanzig Schuss in jedem Schuh zeigen dir, welcher wirklich passt. Vor dem großen Zeh sollten ein bis zwei Zentimeter Platz bleiben, damit sich dein Fuß während des Schießens dehnen und bewegen kann. Der Schuh sollte weit und hoch genug sein, wenn du zusätzliche Einlagen verwenden willst. Die Auswahl und Einstellung eines Schießschuhs verlangt Aufmerksamkeit und Kreativität, etwa beim Einsatz von Einlegesohlen. Damit kannst du die Standfläche schräg stellen oder an bestimmten Stellen erhöhen. Wenn dir brennende Sohlen oder feuchte Füße die Konzentration rauben, wird es Zeit, über neues Schuhwerk nachzudenken. Jaha!